Hi, hier ist der Björn Lüttke vom Team Jensi. Der Markus Lüttke ist auch dabei. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Wir wollen euch einfach mal ein paar Sachen vorstellen und das direkt vom Wasser. Das ist von der Firma Jensi der Phantom F Legend Spinner. In dieser Größe ein absoluter Top Garant für Forellen, egal welche Größe, von den Satzforellen bis zu den großen 6, 9, 10 Kilo Forellen, die ihr in jeder Teichanlage findet. Der absolute Bringer, ein Nonplusultraköde, eine Fanggarantie. Und das werde ich euch jetzt mal beweisen. Ich habe drei Forellen im Kächer, Mensch. Das ging aber schnell. Das passiert euch nur mit dem Phantom F Spinner Legend von der Firma Jensi. Und jetzt haben wir vier. Ein Kasten, Markus? Ja. Das ist der Phantom F Legend. Ich habe gerade eben diese Forelle gefangen und sie ist cool. Die Route ist die Continuum Route von Jensi. Das ist eine Fieberglasroute, aufgebaut als Spinnroute oder auch verwendbar zum Grundangeln. Aber durch die weiche Spitze eignen die sich hervorragend zum Spinnfischen mit Spinner und Blinker. Auf der Rolle haben wir die Feuerwehrschnur in der Stärke 0,14 und davor haben wir ein Fluocarbon-Vorfach geschaltet. 0,30 und 2 Meter Länge, damit die feisten Forellen auch gar keinen Verdacht schützen. Und wir haben wir ein bisschen nachdenken, damit die Feuerwehrschnur in der Stadt und die Verkaufeln von Jensi. Und wir haben die Feuerwehrschnur in der Saat. Wir freuen uns, dass ihr wisst. Also, das ist ein bisschen zu vertreiblich. Ja. Du hast du nicht mit dem Abonnen? Ich bin natürlich, wenn du im Hier in der Stadt und wo oben in der Stadt schützen. Das ist es ein bisschen zu vertreiblich. Ich möchte dich. Und du bist das nicht von oben eurem.